Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist ein Lager! Das ist Buchenwald! Jetzt sagen Sie mir doch mal einfach, wie er hinter diesen Lügen und Verleumdungen steckt, die Sie hier verbreiten. Kein Brief. Nicht eine Zeile in all den Jahren. Du hast gesagt, es wird eine Zeit kommen, in der wir über alles sprechen können. Aber nicht jetzt. Wann, wenn nicht jetzt? Vor ein paar Jahren war noch Krieg. Und wie weit wir jetzt schon gekommen sind. Wir können die Toten nicht wieder lebendig machen. Aber wir können die Welt besser machen, als sie ist. Sag mir die Wahrheit. Das ist nicht mein Land, Antonia. Ich gehe nicht fort. Warum? Weil sonst geht alles sinnlos wahr. Das ist nicht mein Land. Ich gehe nicht mehr. Ich gehe nicht mehr.